ISO-Gießtechnik in Pforzheim. Das ist seit mehr als 30 Jahren beste Qualität im Vakuumguss. ISO-Gießtechnik kann nahezu jedes Modell, jedes Muster reproduzieren. In verschiedensten Materialien und Größen bis zu 20 cm. Besonderen Fokus legt die ISO-Gießtechnik auf Materialien wie Bronze, Silber und Messing und auf hohe Fachkompetenz. Das Unternehmen stellt nach den Wünschen der Kunden Duplikate ihrer Modelle her. Ob Schmuck, Teile für Uhren, technische Produkte oder aber vielfältigste Miniaturfiguren. Immer ist es die besondere Verbindung aus Kreativität und Fachkenntnissen. Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung und der vorhandenen Produktionstiefe können wir ein Muster vom Modell bis zum Endprodukt komplett fertigen. Ob Kunst oder Technik, die ISO-Gießtechnik in Pforzheim kann nahezu alles gießen. ISO-Gießtechnik. Von Kunst bis Technik. Alles in neuem Guss.